Herzlich willkommen im Gewandhaus zu Leipzig. Ich freue mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Wir führen auf Beethovens neunte Sinfonie in allerbester Tradition, schon seit so langer Zeit, immer am Silvesterabend und den beiden Abenden davor. Das Gewandhausorchester spielt, unser Gewandhauskapellmeister dirigiert, fantastische Solisten und Chöre. Dieses Werk ist und die Aufführung dieses Werkes sind ein Highlight in unserem Konzertkalender. Wir freuen uns, dass Sie dabei sein können, das Konzert zu erleben, auch in einer ganz neuen, dargestellten Weise. Dieses Konzert beflügelt uns in jedem Jahr, weil es eine ganz besondere Botschaft in die Welt trägt, eine verbindende, eine menschenwürdigende Botschaft, und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Nochmals herzlich willkommen!